Philipp macht jetzt einen guten Aufstand. Das war klar. Barnham ist da. Und jetzt ist er ein richtiger Ball. Der fällt. Fershing macht den Sack zu. 1-0. Gegen die Powervolleys Dürren. Ist wieder ein bisschen. Ich sehe die Parallele zum Pokal. Auch da erster Satz auf Fershing. Mit so einem ganz blöden Ball hört das auf. Das ist einfach so. Mit der Pritschefehler letztlich. Er pritschte mal in den Block. Er hat sehr gut gespielt jetzt. Super Statistik. 67 Prozent im Angriff. Toll. Blockpunkt gemacht. Er hier spielt. Da kann ein Spieler einfach auch... Der geht noch weiter. Da war jemand runter. Ja. Jetzt ganz schlechtes Zuspiel. Jetzt hat er wieder seinen Eierball hier. Und jetzt kommt Danke Ball zurück. Danke Ball. Auf Danny Groveos. Der ist heiß. Cooler Ballwechsel. Super wichtiger Ball. Mit dem glücklichen Ende für Dürren. Wenn ich Theo Timmermann sehe, wie ein Spieler sich weiterentwickeln kann. Auch wenn er mal 25 ist. Dann ist es einfach toll. Wenn er die richtige Trenneseinstellung hat. Super. Super. Good job guys. Good job guys. And C. Danny Groveos serviert. Abwehr ist da. Super Pass. Wieder schwierige Situation. Jetzt ein hoher Highball. Und drauf. Der geht immer noch weiter. Der Scho ist da. Martin Enasovic darf. Nein. Irre. Der war... Souverän. Der war das Spiel einen kurzen Moment gewonnen. Irre. Wieder ein wahnsinniger Spielaufbau von Herschenk. Unglaubliche Aktion. Das war wirklich Top Aktion. Gespielt zwar die Abwehr von Joe jetzt. Herschenk! 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 Poh! Herschenk!